Er ist nicht nur ein Star zum Anfassen, sondern auch ein quirliger Spaßvogel. Genauso, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Und als solcher stellte Ross Anthony am Samstag auch das Kasseler Deeds ordentlich auf den Kopf. Diesmal nicht als Entertainer, sondern als Shopping-Experte. Zwei, die in den Genuss der prominenten Einkaufsberatung kamen, sind Kerstin Mazet und Vanessa König. Ja, wir sind sehr gespannt. Mal gucken, was das finden. Wo freut ihr euch denn besonders drauf? Mit Ross zu shoppen. Glaubt ihr gute Tipps? Ja, auf jeden Fall. Davon konnten sich die glücklichen Schwestern dann selbst überzeugen. Denn zielstrebig führte sie der Star in den Modemarkt Adler. 150 Euro durfte jeder ausgeben. Mit Ross als Style-Experten ein Kinderspiel. Doch warum ist ausgerechnet er der ideale Shopping-Begleiter? Warum bin ich der ideale Shopping-Begleiter? Ich finde, weil ich gucke gerne, was Leute anhaben, was Menschen anhaben, was die neuen Trends sind, bin ich schon, glaube ich, auf den aktuellsten Stand. Ich finde es schön, wenn ich Klamotten-Teile wirklich mit anderen so kreieren könnte. Menschen interessieren mich sehr. Und ich finde, deswegen habe ich schon eine Ahnung, wie man gut aussehen kann, was man anziehen soll. Und ja, bis jetzt habe ich es geschafft, oder? Die richtigen Outfits waren dann auch schnell gefunden. Ross, wie sieht es aus? Sieht super aus. Ich finde es klasse. Ich finde es wirklich toll. Ich finde einfach nur, dass, wenn man sieht, was sie vorher angehabt hat, die waren sehr zu ihrem eigenen Stil treu. Die haben jetzt was natürlich ein bisschen anders ausgesucht, als was die normalerweise tragen würden. Und das finde ich ganz toll. Und die haben sich sehr ähnlich ausgesehen, obwohl die Schwestern sind. Und jetzt sehen die völlig anders aus. Ich finde es toll. Und es ist natürlich die Jahreszeit, wo man solche Klamotten dann anziehen würde. Auch beim Bezahlen ging alles glatt. 150 Euro wurden nicht überschritten. Einem satten Promi-Bonus sei Dank. Aber es kommt ja schließlich auch nicht alle Tage ein Star zum Einkaufen vorbei. Das war super. So etwas haben wir noch nie erlebt. Ich bin jetzt 18 Jahre fast hier und das ist echt der Knaller gewesen. Wie war er denn? Der Ross. Raumhaft. Gut. War klasse. Und wie war das Shopping-Erlebnis für die glücklichen Schwestern? Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren sehr aufgeregt, aber der Ross ist so locker, da ist die Aufregung verflogen. Ja, er ist sehr natürlich und macht allzu Spaß mit einem. Also war sehr lustig. Auf jeden Fall. Bei aller Liebe fürs Einkaufen will sich Ross Anthony künftig dann aber doch lieber wieder auf die Musik konzentrieren. Ja, es kommt ein neues Album von mir. Das ist nächste Woche Freitag, 24. Oktober. Es heißt Goldene Pferde und das ist wirklich, würde ich sagen, das ist keine gecoverte Songs mehr. Es ist wirklich selbstgeschriebene Songs von ich und meiner Produzenten. Und ich bin sehr stolz drauf. Ich erwarte nicht, dass die Leute das Album kaufen. Ich erwarte nur, dass die Leute das erstmal anhören und wenn die das gut finden, dann würde ich mich freuen, wenn die das kaufen. Ich wünsche dir das alles. Vielen Dank.